Sie lernen wichtige Sätze mit Nominativen. Die Sonne scheint heute besonders hell am blauen Himmel. Mein neuer Job als Marketingmanager erfordert viel Kreativität. Die Katze liegt faul auf der warmen Fensterbank. Der Kaffee in diesem Kaffee schmeckt wirklich ausgezeichnet. Meine Freundin hat gestern eine interessante Dokumentation über den Regenwald gesehen. Ein kühles Bier nach der Arbeit ist genau das, was ich jetzt brauche. Der Hund meiner Nachbarn bellt immer, wenn jemand am Zaun vorbeigeht. Diese alte Kirche hat eine faszinierende Geschichte. Die Kinder spielen fröhlich im Park und lachen laut. Die Blumen in meinem Garten blühen in den schönsten Farben. Das neue Buch von meinem Lieblingsautor ist endlich erschienen. Der Film gestern Abend war wirklich spannend, ich konnte kaum wegsehen. Die Vögel singen morgens immer so schön vor meinem Fenster. Der Apfelbaum im Garten trägt in diesem Jahr besonders viele Früchte. Meine Großeltern feiern nächste Woche ihren 50. Hochzeitstag. Ein Spaziergang im Wald ist für mich die beste Möglichkeit, Stress abzubauen. Der Chef hat gestern eine wichtige Ankündigung im Büro gemacht. Der Kellner bringt uns gleich die Speisekarte, damit wir bestellen können. Die Berge in dieser Region sind besonders beeindruckend. Der Himmel über der Stadt färbt sich langsam orange, während die Sonne untergeht. Meine Schwester studiert Medizin und hat viel zu lernen. Der Fluss am Stadtrand eignet sich perfekt zum Angeln. Dieser Park ist ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt. Der Mann da drüben liest gerade eine Zeitung und trinkt Kaffee. Die Pizza aus diesem Restaurant ist wirklich lecker, ich kann sie nur empfehlen. Die Konzerte dieser Band sind immer ausverkauft, weil sie so beliebt sind. Ein Picknick im Grünen ist an einem warmen Sommertag eine tolle Idee. Die Schauspielerin in diesem Film hat eine beeindruckende Leistung gezeigt. Der Geruch von frisch gebackenem Brot zieht durch die Straßen. Das Gemälde in diesem Museum zeigt eine idyllische Landschaft. Die Leute auf der Straße eilen alle in verschiedene Richtungen. Ein neues Smartphone zu besitzen, ist für viele Menschen sehr wichtig. Die Kinder haben gestern im Sandkasten tolle Burgen gebaut. Der Professor erklärt das komplizierte Thema auf verständliche Weise. Das Café an der Ecke hat die besten Croissants der Stadt. Die Idee, ein eigenes Unternehmen zu gründen, ist sehr reizvoll. Der Weg durch den Wald ist abenteuerlich und führt zu einem kleinen See. Die Geräusche der Natur beruhigen mich und lassen mich entspannen. Ein großer Regenschirm ist bei diesem Wetter wirklich praktisch. Die Farben in diesem Gemälde harmonieren perfekt miteinander. Ein kühles Getränk nach dem Sport ist wirklich erfrischend. Die Veranstaltung gestern Abend war ein voller Erfolg, viele Leute kamen. Ein heißes Bad nach einem langen Arbeitstag tut richtig gut. Die Kinder spielen im Garten und haben sichtlich Spaß dabei. Der Duft von frisch gebrühtem Kaffee zieht durch die Wohnung. Ein Spaziergang am Strand bei Sonnenuntergang ist romantisch. Die Architektur in dieser Stadt ist vielfältig und interessant. Ein Besuch im Zoo ist